Klaas und Dagmar Böhmer Ihr habt unsere Bruderschaft, wie in der langen Tradition eurer Vorgänger, in Begleitung eurer Ritter, hervorragend repräsentiert. Als äußeres Zeichen unserer Wertschätzung überreiche ich dir, liebe Dagmar, diesen Blumenschraus. Ich grüße jetzt den König. Wir danken unserem Königspaar Klaus und Dagmar Böhmer mit einem dreifachen Gutschuss. Ich bitte nun die Musikzüge zu Ehren unseres Königspaares um den großen Zappenstreich. Schatz 5, Nummer 3. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020